herzlich willkommen auf meinem kanal heute möchte ich dir eine erzählung einer deutschen schriftstellerin aus dem 19 jahrhundert vorstellen marie van ebner eschenbach hat mit krambamboli eine der großartigsten tiergeschichten geschaffen die ich kenne aber genug der vorrede los geht's krambamboli vorliebe empfindet der mensch für allerlei dinge und wesen liebe die echte und verfängliche die lernt er wenn überhaupt nur einmal kennen so wenigstens meinte herr revierjäger hopp wie viele hunde hat er schon gehabt und auch gern gehabt aber lieb was man sagt lieb und unvergesslich ist ihm nur einer gewesen der krambamboli er hatte ihn im wirtshause zum löwen in wischau von einem vazierenden forstgehilfen gekauft oder eigentlich eingetauscht gleich beim ersten anblick des hundes war er von der zuneigung ergriffen worden die dauern sollte bis zu seinem letzten atem zuge dem herrn des schönen tieres der am tische vor einem gelehrten brandwein gläschen saß und über den wirt schimpfte weil dieser kein zweites umsonst hergeben wollte sah der lump aus den augen ein kleiner kerl noch jung und doch so fahl wie ein abgestorbener baum mit gelben haar und spärlichem gelben barte der jägerrock vermutlich ein überrest aus der vergangenen herrlichkeit des letzten dienstes trug die spuren einem nassen straßengraben zugebrachten nacht obwohl sich hopp ungern in schlechte gesellschaft begab nahm er trotzdem den platz neben dem burschen und begann sogleich ein gespräch mit ihm da bekam er es denn bald heraus dass der nichts nutzt den stutzen und die jagdtasche dem wirt bereits als fender ausgeliefert hatte und dass er jetzt auch den hund als solches hergeben möchte der wird jedoch der schmutzige leute schinder wollte von einem pfand das gefüttert werden muss nichts hören der haupt sagte vorerst kein wort von dem wohlgefallen dass er an dem hunde gefunden hatte ließ aber eine flasche von dem guten danziger kirchbrandwein bringen den der löwenwirt damals führte und schenkte dem vazierenden fleißig ein nun in einer stunde war alles in ordnung der jäger gab zwölf flaschen von demselben getränke bei dem der handel geschlossen worden der vagabund gab den hund zu seiner ehre muss man gestehen nicht leicht die hände zitterten ihm so sehr als er dem tiere die leine um den hals legte dass es schien er werde mit dieser manipulation nimmermehr zurechtkommen hopp wartete geduldig und bewunderte im stillen den trotz der schlechten kondition in der er sich befand wundervollen hund höchstens zwei jahre mochte er alt sein und in der farbe glicher dem lumpen der ihn her gab doch war die seine um ein paar schattierungen dunkler auf der stirn hat er ein abzeichen einen weißen strich der rechts und links in kleine linien auslief in der art wie die nadeln an einem tannenreis die augen waren groß schwarz leuchtend von tauglaren lichtgelben reiflein umsäumt die ohren hoch angesetzt lang makellos und makellos war alles an dem ganzen hunde von der klaue bis zu der feinen witternase die kräftige geschmeidige gestalt dass über jedes lob erhabene piedestal vier lebende säulen die auch den körper eines hirsches getragen hätten und nicht viel dicker waren als die läufe eines hasen beim heiligen hubertus dieses geschöpf musste einen stammbaum haben so alt und rein wie der eines deutschen ordensritters dem jäger lachte das herz im leibe über den prächtigen handel den er gemacht hatte er stand nun auf ergriff die leine die zu verknoten dem vazierenden endlich gelungen war und fragte wie heißt er denn er heißt wie das wofür ihn kriegt krambambuli lautete die antwort gut gut krambambuli so komm wirst gehen vorwärts ja er konnte lang rufen pfeifen zerren der hund gehorchte ihm nicht wandte dem kopf dem zu den er noch für seinen herrn hielt heute als dieser ihm zuschrie marsch und den befehl mit einem tüchtigen fußtritt begleitete suchte aber sich immer wieder an ihn heranzudrängen erst nach einem heißen kampfe gelang es herrn hopp die besitzergreifung des hundes zu verziehen gebunden und geknebelt musste er zuletzt in einem sacke auf die schulter geladen und so bis in das mehrere wegstunden entfernte jägerhaus getragen werden zwei volle monate brauchte es bevor krambambuli halbtot geprügelt nach jedem fluchtversuche mit dem stachelhalsbande an die kette gelegt endlich begriff wohin er jetzt gehöre dann aber als seine unterwerfung vollständig geworden war was für ein hund wurde er da keine zunge schildert kein wort er misst die höhe der vollendung die erreichte nicht nur in der ausübung seines berufes sondern auch im täglichen leben als eifriger diener guter kamerad und treuer freund und hüter dem fehlt nur die sprache heißt es von anderen intelligenten hunden dem krambambuli fehlte sie nicht sein herr zumindest flog lange unterredungen mit ihm die frau des revierjägers wurde ordentlich eifersüchtig auf den bully wie sie ihn geringschätzig nannte manchmal machte sie ihrem manne vorwürfe sie hatte den ganzen tag in jeder stunde in der sie nicht aufräumte wusch oder kochte schweigend gestrickt am abend nach dem essen wenn sie wieder zu stricken begann hätte sie gern eins dazu geplaudert weiß denn immer nur dem bully was zu erzählen hop und mir nie du verlernst vor lauter sprechen mit dem vieh das sprechen mit den menschen der revierjäger gestand sich dass etwas wahres an der sache sei aber zu helfen wusste er nicht wovon er mit seiner alten reden sollen kinder hatten sie nie gehabt eine kuh durften sie nicht halten und das zahme geflügel interessierte einen jäger im lebendigen zustand gar nicht und im gebratenen nichts sehr für kulturen aber und für jagdgeschichten hatte wieder die frau keinen sinn hop fand zuletzt einen ausweg aus diesem dilemma statt mit dem krambambuli sprach er von dem krambambuli von den triumphen die er allen halben mit ihm feierte von dem neide den sein besitz erregte von den lächerlich hohen summen die ihm für den hund geboten wurden und die er verächtlich von der hand wies zwei jahre waren vergangen da erschien eines tages die gräfin die frau seines brotherrn im hause des jägers er wusste gleich was der besuch zu bedeuten hatte und als die gute schöne dame begann morgen lieber hopp ist der geburtstag des grafen setzte er ruhig und schmunzelnd fort und da möchten hochgräfliche gnaden dem herrn grafen ein geschenk machen und sind überzeugt mit nichts anderem so viel ehre einlegen zu können wie mit dem krambambuli ja ja lieber hopp die gräfin errötete vor vergnügen über dieses freundliche entgegenkommen und sprach gleich von dankbarkeit und bat den preis nur zu nennen der für den hund zu entrichten wäre der alte fuchs von einem revierjäger kicherte tat sehr demütig und rückte auf einmal mit der erklärung heraus hochgräfliche gnaden wenn der hund im schlosse bleibt nicht jede leine zerbeißt nicht jede kette zerreißt oder wenn er sie nicht zerreißen kann sich bei den versuchen es zu tun erwürgt dann behalten ihn hochgräfliche gnaden umsonst dann ist er mir nichts mehr wert die probe wurde gemacht aber zum erwürgen kam es nicht denn der graf verlor früher die freude an dem eigensinnigen tiere vergeblich hatte man es durch liebe zu gewinnen mit strenge zu bändigen gesucht er bis jeden der sich ihm näherte versagte das futter und viel hat der hund eines jägers ohnehin nicht zuzusetzen kam ganz herunter nach einigen wochen erhielt hopp die botschaft er könne sich sein köter abholen als er islands von der erlaubnis gebrauch machte und den hund in seinem zwinger aufsuchte da gab es ein wiedersehen unermesslichen jubels voll krambambuli erhob ein wahnsinniges geheul sprang an seinen herrn empor stemmte die vorderpfoten auf dessen brust und leckte die freudentränen ab die dem alten über die wangen liefen am abend dieses glücklichen tages wanderten sie zusammen ins wirtshaus der jäger spielte tarock mit dem doktor und mit dem verwalter krambambuli lag in der ecke hinter seinem herrn manchmal sah dieser sich nach ihm um und der hund so tiefe auch zu schlafen schien begann augenblicklich mit dem schwanz auf den boden zu klopfen als wollte er melden präsent und wenn hopp sich vergessend recht wie ein triumph gesang das liedchen anstimmte was macht denn mein krambambuli richtete der hund sich würde und respektvoll auf und seine hellen augen antworteten es geht ihm gut um dieselbe zeit trieb nicht nur in den gräflichen forsten sondern in der ganzen umgebung eine bande wildschützen auf wahrhaft toll dreiste art ihr wesen der anführer sollte ein verlottertes subjekt sein den gelben nannten ihn die holzknechte die in irgendeiner übel berüchtigten spelunke beim brandwein trafen die heger die ihm hier und da schon auf der spur gewesen waren ihm aber nie hatten beikommen können und endlich die kundschafter deren er unter dem schlechten gesindel in jedem dorfe mehrere besaß er war wohl der frechste gesell der jemals ehrlichen jägersmännern etwas aufzulösen gab musste auch selbst vom handwerk gewesen sein sonst hätte er das wild nicht mit solcher sicherheit aufspüren und nicht so geschickt jeder falle die ihm gestellt wurde ausweichen können die wild und waldschäden erreichten eine unerhörte höhe das forstpersonal befand sich in grimmigster aufregung dabei gab es sich nur zu oft dass die kleinen leute die bei irgendeinem unbedeutenden waldfrevel ertappt wurden eine härtere behandlung erlitten als zu anderer zeit geschehen wäre und als gerade zu rechtfertigen war große erbitterung herrschte darüber in allen ortschaften dem oberförster gegen den der hass sich zunächst wandte kam gut gemeinte warnungen in menge zu die raubschützen hieß es hätten ein eid darauf geschworen bei der ersten gelegenheit exemplarische rache an ihm zu nehmen er ein rascher kühner mann schlug das gerede in den wind und sorgte mehr denn jeder für das weit und breit kund werde mir seinen untergebenen die rücksichtsloseste stränge anbefohlen und für etwaige schlimme folgen die verantwortung selbst übernommen habe am häufigsten rief der oberförster den revierjäger hopp die scharfe handhabung seiner amtspflicht ins gedächtnis und warf ihm zuweilen mangel an schneid vor wozu freilich der alte nur lächelte der grambambuli aber den er bei solchen gelegenheiten von oben herunter anplinselte gähnte laut und wegwerfend übel nahm er und sein herr dem oberförster nichts der oberförster war ja der sohn des unvergesslichen bei dem hopp das edle weitwerk erlernt und hopp hatte wieder ihn als kleinen jungen in die rudiment des berufs eingeweiht die plage die er einst mit ihm gehabt hielt er heute noch für eine freude war stolz auf den ehemaligen zögling und liebte ihn trotz der rauen behandlung die er so gut wie jeder andere von ihm erfuhr eines junimorgens traf er ihn eben wieder bei einer exekution es war im linden rondell am ende des herrschaftlichen parks der an den grafenwald grenzte und in der nähe der kulturen die der oberförster am liebsten mit pulverminen umgeben hätte die linden standen just in schönster blüte und über diese hatte ein dutzend kleiner jungen sich hergemacht wie eichkätzchen krochen sie auf den ästen der herrlichen bäume herum brachen alle zweige die sie erwischen konnten ab und warfen sie zur erde zwei weiber lasen die zweige hastig auf und stopften sie in körbe die schon mehr als zur hälfte mit dem duftenden raub gefüllt waren der oberförster raste in unermesslicher wut er ließ durch seine heger die buben nur so von den bäumen schütteln unbekümmert um die höhe aus der sie fielen während sie wimmernd und schreiend um seine füße krochen der eine mit zerschundenem gesicht der andere mit ausgerenktem arm ein dritter mit gebrochenem bein zerbläute er eigenhändig die beiden weiber in einer von ihnen erkannte hopp die leichtfertige dirne die das gerücht als die geliebte des gelben bezeichnete und als die körbe und tücher der weiber und die hüte der buben empfand genommen wurden und hopp den auftrag bekam sie aufs gericht zu bringen konnte er sich eines schlimmen vorgefühls nicht erwehren der befehl den ihn damals der oberförster zurief wild wie ein teufel in der hölle und wie ein solcher umringt von jammernden und gepeinigten sündern ist der letzte gewesen den der revierjäger im leben von ihm erhalten hat eine woche später traf er ihn wieder im blindenrundell tot aus dem zustande in dem die leiche sich befand war zu ersehen dass sie hierher und zwar durch den sumpf und gerölle geschleppt worden war um an dieser stelle aufgebahrt zu werden der oberförster lag auf abgehauenen zweigen die stirn mit einem dichten kranz aus lindenblüten umflochten einen eben solchen als bandalier um die brust gewunden sein hut stand neben ihm mit lindenblüten gefüllt auch die jagdtasche hatte der mörder ihm gelassen nur die patronen herausgenommen und statt ihrer lindenblüten hineingesteckt der schöne hinterlader des oberförsters fehlte und war durch einen elenden schießprügel ersetzt als man später die kugel die seinen tod verursacht hatte in der brust des ermordeten fand zeigte es sich dass sie genau in den lauf dieses schießprügels passte der dem förster gleichsam zum ohne über die schulter gelegt worden war hopp stand beim anblick der entstellten leiche regungslos vor entsetzen er hätte keinen finger heben können und auch das gehirn war ihm wie gelähmt er starte nur und starte und dachte anfangs gar nichts und erst nach einer weile brachte es zu einer beobachtung einer stummen frage was hat denn der hund krambambuli beschnüffelte den toten mann läuft wie nicht gescheit um ihn herum die nase immer am boden einmal winselt er einmal stößt er einen schrillen freudenschrei aus macht ein paar sätze bellt und es ist gerade so als er wache in ihm eine längst erstorbene erinnerung herein ruft hopp da herein und krambambuli gehorcht sieht aber seinen herrn in allerhöchster aufregung an und wie der jäger sich auszudrücken pflegte sagt ihm ich bitte dich um alles in der welt siehst du denn nichts riechst du denn nichts o lieber herr schau doch riech doch o herr komm daher komm und tupft mit der schnauze an des siegers knie und schleicht sich oft umsehnt als frage er folgst du mir zu der leiche zurück und fängt an das schwere gewehr zu heben und zu schieben und ins maul zu fassen in der offenbaren absicht es zu apportieren dem jäger läuft ein schauer über den rücken und allerlei vermutungen dämmern in ihm auf weil das spinetisieren aber nicht seine sache ist es ihm auch nicht zukommt der obrigkeit lichter aufzustecken sondern vielmehr den grässlichen fund den er getan hat unberührt zu lassen und seiner wege das heißt in dem fall rekte zu gericht zu gehen so tut er denn einfach was ihm zukommt nachdem es geschehen und alle förmlichkeiten die das gesetz bei solchen katastrophen vorschreibt erfüllt der ganze tag und auch ein stück der nacht darüber hingegangen sind nimmt hopp ehe er schlafen geht noch seinen hund vor mein hund spricht er jetzt ist die gendarmerie auf den beinen jetzt gibt's streifereien ohne ende wollen wir es den anderen überlassen den schuft der unseren oberförster erschossen hat wegzuputzen aus der welt mein hund kennt den niederträchtigen strolch kennt ihn ja ja aber das braucht niemand zu wissen das habe ich nicht ausgesagt ich ich werde meinen hund hineinbringen in die geschichte das könnte mir einfallen er beugt sich über grambambuli der zwischen seinen ausgespreizten knien saß drückt die wange an den kopf des tieres und nahm seine dankbaren liebkosungen in empfang dabei summte er was macht denn mein grambambuli bis der schlaf ihn übermannte seelenkundige haben den geheimnisvollen drang zu erklären gesucht der manchen verbrecher stets wieder an den schauplatz seiner untat zurückjagd hopp wußte von diesen gelehrten ausführungen nichts strich aber dennoch ruhe und rastlos mit seinem hunde in der nähe des linden rondelles herum am zehnten tage nach dem tode des oberförsters hatte er zum ersten mal ein paar stunden lang an etwas anderes gedacht als an seine rache und sich im grafenwald mit den bezeichnen der bäume beschäftigt die beim nächsten schlag ausgenommen werden sollten wie er nun mit seiner arbeit fertig ist hängt er die flinte wieder um und schlägt den kürzesten weg ein quer durch den wald gegen die kulturen in der nähe des linden rondelles im augenblick in dem er auf den fußsteig treten will der längst des buchenzaunes läuft ist ihm als höre er etwas im laube rascheln gleich darauf herrscht jedoch tiefe stille tiefe anhaltende stille fast hätte er gemeint es sei nichts bemerkenswertes gewesen wenn ich der hund so merkwürdig drein geschaut hätte der stand mit gesträubten haar den hals vorgestreckt den schwanz aufrecht und klotzte eine stelle des zaunes an oho dachte hopp wartkerl wenn du's bist trat hinter einen baum und spannte den hahn seiner flinte wie rasend pochte ihm das herz und der ohnehin kurze atem wollte ihm völlig versagen als jetzt plötzlich gottes wunder durch den zaun der gelbe auf den fußsteig trat zwei junge hasen hingen an seiner weittasche und auf seiner schulter am wohlbekannten juchten riemen der hinterlader des oberfürsters nun wäre es eine passion gewesen den rackern niederzubrennen aus sicherem hinterhalt aber nicht einmal auf den schlechtesten kerl schießt der jäger hopp ohne ihn angerufen zu haben mit einem satze springt er hinter dem baum hervor und auf den fußsteig und schreit gibt dich vermaledeiter und als der wildschutz zur antwort den hinterlader von der schulter reißt gibt der jäger feuer all ihr heiligen ein sauberes feuer die flinte knackst anstatt zu knallen sie hat zu lang mit aufgesetzter kapsel im feuchten wald am baum gelehnt sie versagt gute nacht so sieht das sterben ausdenkt der alte doch nein er ist heil sein hut nur fliegt von schroten durch löchert ins gras der andere hat auch kein glück das war der letzte schuss in seinem gewehr und zum nächsten sieht er eben erst die patrone aus der tasche pack an ruft top seinem hunde heiser zu pack an und herein zu mir herein krambambuli lockt es drüben mit zärtlicher liebevoller ach mit alt bekannter stimme der hund aber was ich nun begab begab sich viel rascher als man es erzählen kann krambambuli hatte seinen ersten herrn erkannt und rannte auf ihn zu bis in die mitte des weges da pfeift hopp und der hund macht kehrt der gelbe pfeift und der hund macht wiederkehrt und windet sich in verzweiflung auf einem fleck in gleicher distanz von dem jäger wie von dem wildschützen zugleich hingerissen und gebannt zuletzt hat das arme tier den trostlos unnötigen kampf aufgegeben und seinen zweifeln ein ende gemacht aber nicht seiner qual bellend heulen den bauch am boden den körper gespannt wie eine sehne den kopf empor gehoben als riefe es den himmel zum zeugen seines seelen schmerzes an kriecht es seinem ersten herrn zu bei dem anblick wird hopp von blutdurst gepackt mit zitternden fingern hat er die neue kapsel aufgesetzt mit ruhiger sicherheit legte an auch der gelbe hat den lauf wieder auf ihn gerichtet diesmal gilt's das wissen die beiden die einander auf dem korn haben und was auch in ihnen vorgehen möge sie zielen so ruhig wie ein paar gemalte schützen zwei schüsse fallen der jäger trifft der wildschütze fehlt warum weil er vom hunde mit stürmischer liebkosung angesprungen gezuckt hat im augenblicke des losdrückens bestie zischt er noch stürzt rück links hin und rührt sich nicht mehr der in gerichtet kommt langsam herangeschritten du hast genug denkt er um jedes schrotkorn wär's schad bei dir trotzdem stellt er die flinte auf den boden und lädt von neuem der hund sitzt aufricht vor ihm lässt die zunge heraushängen keucht kurz und laut und sieht ihm zu und als der jäger fertig ist und die flinte wieder zur hand nimmt halten sie ein gespräch von dem kein zeuge ein wort vernommen hätte wenn es auch statt eines toten ein lebendiger gewesen wäre weißt du für wen das blei gehört ich kann es mir denken der satür kahl fakte pflicht und treu vergessene kanalie ja 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 wohl du warst meine freude jetzt ist vorbei ich habe keine freude mehr an dir begreiflich herr und grambambuli legte sich hin drückte den kopf auf die ausgestreckten vorderpfoten und sah den jäger an er hätte das verdammte fee ihn nur nicht angesehen da würde er ein rasches ende gemacht und sich und dem hunde viel pein erspart haben aber so geht's nicht wer könnte ein geschöpf niederknallen das einen so ansieht herr hopp murmelt ein halbes dutzend flücher zwischen den zähnen einer gottes lästerlicher als der andere hängt die flinte wieder um nimmt dem raubschützen noch die jungen hasen ab und geht der hund folgte ihm mit den augen bis er zwischen den bäumen verschwunden war stand dann auf und sein mark und bein erschütterndes wegeheul durchdrang den wald ein paar mal drehte er sich im kreise und setzte sich wieder aufrecht neben den toten hin so fand in die gerichtliche kommission die von hopp geleitet bei sinkender nacht erschien um die leiche des raubschützen den augenschein zu nehmen und fortschaffen zu lassen krambambuli wich einige schritte zurück als die herren herantraten einer von ihnen sagte zu dem jäger da ist ja ihr hund ich habe ihn hier als schildwache zurückgelassen antwortete hopp der sich schämte die wahrheit zu gestehen was half sie kam doch heraus denn als die leiche auf den wagen geladen war und fortgeführt wurde trottete krambambuli gesenkten kopfes und mit eingezogenem schwanze hinterher und weit der toten kammer in der der gelbe lag sah ihn der gerichtsdiener noch am folgenden tage herumstreichen er gab ihm einen tritt und rief ihm zu geh nach hause krambambuli fletschte die zähne gegen ihn und lief davon wie der mann meinte in der richtung des jägerhauses aber dorthin kam er nicht sondern führte ein elendes vagabunden leben verwildert zum skelett abgemagert umschliche einmal die armen wohnungen der häusler am ende des dorfes plötzlich stürzte er auf ein kind los das vor der letzten hütte stand und entriss ihm gierig das stück harten brotes an dem es nagte das kind blieb starr vor schrecken aber ein kleiner spitz sprang aus dem hause und bellte den räuber an dieser ließ sogleich seine beute fahren und entfloh am selben abend stand top vor dem schlafengehen am fenster und blickte in die schimmernde sommernacht hinaus da war ihm als er jenseits der wiese am waldessaum den hund sitzen die städte seines ehemaligen glückes unverwandt und sehnsüchtig betrachtend der treueste der treuen herrnlos der jäger schlug den laden zu und ging zu bett aber nach einer weile stand er auf trat wieder ans fenster der hund war nicht mehr da und wieder wollte er sich zur ruhe begeben und wieder fand er sie nicht erhielt es nicht mehr aus sei es wie es sei erhielt es nicht mehr aus ohne den hund ich hole ihn heim dachte er und fühlte sich wie neu geboren nach diesem entschluss beim ersten morgengrauen war er angekleidet befahl seiner alten mit dem mittagessen nicht auf ihn zu warten und sputete sich hinweg wie er aber aus dem hause trat stieß sein fuß an denjenigen den er in der ferne zu suchen ausging krambambuli lag verendet vor ihm den kopf an die schwelle gepresst die zu überschreiten er nicht mehr gewagt hatte der jäger verschmerzte ihn nie die augenblicke waren seine besten in denen er vergaß dass er ihn verloren hatte in freundliche gedanken versunken intonierte er dann sein berühmtes was macht denn mein krambam aber mitten in dem worte hielt er bestürzt inne schüttelte das haupt und sprach mit einem tiefen seufzer schad um den hund an dieser stelle ende das hörbuch ich hoffe euch hat dieses stück von marie von ebner eschenbach ebenso gut gefallen wie mir schreibt mir doch einen netten kommentar hinterlasst mir einen like oder noch besser abonniert meinen kanal damit helft ihr dem youtube algorithmus damit dieser kanal auch von anderen bücher interessierten gefunden werden kann vielen dank und bis bald